Aaaaaaah! Moin Mädels! Moin Jungs! Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Sülze! Mit dabei sind die Sülze! Hallo! Papo, mach endlich ready! Mach ready! Los geht's! So, 3, 2, 1, hui! So! Join our Discord! Nein! Ich bin ein Kind! Ich bin auch ein Kind! Also einer von uns beiden könnte lügen! Nein! Au! Ah! Du hast gegen meinen Topf... Au! Hör auf damit! Hör auf damit, die anderen Kinder weh zu tun! Ich will durch! So! Kein Lieder für dich! Au! Was ist das denn? Hä? Ein Ferngasch! Kann man da durchgucken? Oh, da ist jemand! Genug ist es! Oh, Hanno ist schon tot! Hä? Ich hab sie so weggespampt! Hä? Ich hab auch genug getroffen, aber nicht so rechtfertigt! Ich denk... Ey! Nicht mich! Nicht mich! Ah! Ah! Tötet sie! Ich muss meinen schnellen Hemm ausdicken! Oh! Oho! Das ist super! Hast du gesehen, wie ich sie gefickt hab? Hahaha! Wo ist die Tür? Weißt du, wo die Tür ist? Junge, ich hab die so hops genommen! Aber wo ist denn die Tür? Ich hab hier irgendwo einen Schlüssel geschmissen! Das ist ein viel größeres Problem! Oh, sei es! Du hast doch wohl jetzt kein Schlüssel geschmissen! Du Adler! Ein Schlüssel geschmissen! Sei es! Ich hab ein Schlüssel geschmissen! Das ist genug! Aber genug! Geh weg! Wir brauchen die Tür erst! Es macht halt einfach keinen Sinn! Sie ist schon wieder durch! Äh! Habt ihr sie schon wieder weg gemacht? Oh Mann! Ich hab schon wieder nicht gesehen! Ich hab die Insel weggeklopft! Die Insel! Die Insel! Die Insel voll rein! Mann! Wieso seh ich das nie? Wo ist der Schlüssel? Such den scheiß Schlüssel! Ich such den nach Sohn! Aber... Ich konnte nicht mal ihren Satz ausbrechen! Wo ist denn der Scheiß? Komm, wir versperren die Tür! Oh lol! Scheiße! Aua! Die gehen nach innen auf! So! So! Aber... Wo ist denn die Tür mit dem Schlüssel? Ich hab ihn! Hier ist der Schlüssel! Na cool! Ich hab auch schon zwei! Dann haben wir schon drei! Wo ist die Kacktür? Ich hab die blockiert, die eine Tür! Hubi-Doo! Mann, die gehen nach innen auf, du blödi! Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Wollen wir mal hier hinten gucken? Lol! So, aber wo ist... Hier! Hier ist die Tür! Hier ist die Tür! Oh lol! Knack auf den Mist! Du bewaffnet euch! Pass auf, die kann jeder Gangstand sein! Bewaffnet euch! Ach, ist das wieder der Klon? Kinder, bewaffnet euch! Ich hab ne Zwille! Ich hab ne Zwille! Ne Zwille! Ne Zwille! Ne Zwille! Ne Zwille! Boah, richtig abgestruckt, Alter! Die Kiste hat nen Schnurrball! So, mach sie fertig! Mach sie nackig! Weg mit ihr! Weg mit ihr! Ich hab ne Zwille! Das ist ein Nacken! Das ist ein Nacken! Das ist ein Nacken! Das ist ein Nacken! Die Kinder haben gewonnen! Yay! Darauf erst mal nen Booster! Abfall! Ehre! Wir müssen halt los und einen Schlüssel ziehen! Wir brauchen noch einen Schlüssel! Wir haben es von vier Schlüssel gefunden! Oh, so! Irre in Ass! Ach so! Oh, hier ist ein Skateboard! Ich will damit Roller playen! Ja, oh, ein dickes Skateboard, Digger! Skateboard! Hier, nimm Skateboard! Ey, da rutscht die locker drauf auf! Wo ist denn ein Christo? Skateboard in meine Lunge! Christo wurde hops genommen, Diggi! Wo ist die... Ach so, wurde Schnäppchen hops genommen? Ey, guck dir mal! Pack mal auf, wenn die Sachen hier in Snorwart haben, Diggi! Der ist verdächtig, der... Oh, da steht ein ganz verdächtiger... Da! Hier ist sie doch! Hier vorne ist sie! Hier ist sie! Aha, ihr kommt nicht rein zu mir! Aber was will ich auch gar nicht? Habt ihr den Schlüssel? Nö, ich hab zugemacht, dass ihr Psychopathen nicht mehr reinkommen! Hey! Ach das Fenster! Hallo! Hallo! Komm her! Komm her! Komm her, ihr! Komm her! Oh! Hau auf mir auf! Werf sie auf! Werf sie auf! Werf sie auf! So! Hinterher! Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir, du blöder Nachbar! Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Töte sie! Hä, wo ist sie denn? Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Blockiert einfach die Tür! Alle raus! Alle raus! Ja 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 ja! So! Hör dir! Doch! Na kommst du nicht mehr raus! Hihihi! Gut gemacht Männer! Gut gemacht, Männer. Komm, wir suchen den letzten Schlüssel. Schönes Ding, Leute. Wir brauchen noch ins Tunum. Das sind meine Brudis. Macht die Tür hier auch dicht. Yo, Leute. Leute, ich hab uns ein Brot mitgebracht. Werden wir den Bock haben? Werden wir noch mal machen? Ey, wie willst die einfach, wie wir einfach den Nachbarn mobben? So. Komm mal hier lang, Brot. Wir sind drei Asslochkinder. Brot, hier lang. So, rein. Oh, Radarverwenden? Radar? Wo ist der letzte Schlüssel? Wo ist der letzte Schlüssel? Hat mir einen Raben... Oh ja, die brauche ich. Damit kann ich meine Zwille wieder auffüllen. Aber wir haben sie ja eh eingespärrt. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Warte, ich weiß vielleicht, wo der ist. Ist der nicht hier drin? Nee, die eine Tür war doch immer blockiert. Hier. Okay. Ja, gucke mal. Aber lasst doch nicht bloß. Aua. Aber es geht ja sogar nach raus, ne? Hier oben vielleicht. Stärzig. Der kommt da wirklich nicht raus, Freunde. Nein, nein. Wo seid ihr? Haben wir sie eingespärrt? Ja, die ist da glaube ich immer noch drin. Die kommen da nicht raus. Das ist Mobbing. Ich hab ihn. Ja. Freunde, ich hab den Schlüssel. Kann ich den haben? Kann ins Arschloch. Nein, nicht ins Arschloch von Kali. Knie dich hin. Ja, gib her. Nein, stärzig. Stärzig. Knie dich hin. Knie dich hin. So. Knie dich hin. Achtung. Hört ihr jetzt unten rumpeln? Jo, der will ja raus, glaube ich. Ich wollte den atmen. Darf ich den Schlüssel reinstecken? Klar. Au. Au. Hier, nimm das Brett, du Arsch. Ey, was soll das? Ey. Oh, Bidu, Bidu. Ihr seid so gemein. Ey, ich hab die Schlüssel verloren. Jo, Leute, wollen wir gleich Fortnite spielen? So. Ich komm hier wirklich nicht raus, weil es back ist. Ja, wir haben die Schlüssel. Oh nein. Komm raus. Komm raus. Hallo. Und jetzt gehen wir hier nochmal aufs Maul. Ich mach den Stuhl vor linkem Maul schlafen. So. Es ist nicht dreist. Komm jetzt. Halt auf. Gnu, zeig dich. Ich hab die voll getroffen. So. Oh, es ist back. Oh, es zeigt sich. Ich hab die Tür back. Es back dir wirklich. Es back? Es back? Mach die Tür nicht auf. Komisch. Wieso geht die Tür nicht auf, Gnu? Tu den Schlüssel rein. Ach so, ja. Oh Gott. Wir brauchen noch einen. Das sind noch drei blaue. Hä? Wir haben ja kein gelbes Schloss mehr. Ich kann den nirgendwo reinstecken. Mach die Tür! Ich kann den Schlüssel nicht benutzen. Kann das mal jemand versuchen? Hier. Jetzt versucht mal einer den Schlüssel reinzustecken. Du blöder Nachbar. Oh nein. Es ist ein verschissender Schloss. Oh nein. Lauf! Scheiße. Wieso machst du das denn auch wieder weg? Also Gnu. Komm mal hier lang, Jungs. Das Ding ist, wir brauchen erst ein paar Schlüssel. Und dann kommen wir nochmal wieder. Ah! Scheiße. Das bringt ja zu. So. Jetzt gibt's wieder auf den Sack. Schmeiß. Ah! Egal. Einen von euch werden... Nein. Nicht so gemein genug. Ich glaube, dass wir dich schon wieder umbringen werden. So. Tschüssi. Alter, so kassiert. Lass mich mal rauchen. Da unten sind noch mehr Schlüssel. Wir haben nur noch fünf Minuten. Wir brauchen noch zwei blaue Schlüssel. Wir brauchen noch zwei blaues. Wir brauchen noch zwei blaues Schlüssel. Wir brauchen noch zwei blaues Schlüssel. Wir brauchen noch zwei blaues Schlüssel. Weg mit dir. Weiß nicht. Ich brauche ein paar Müße erst. Oh nein. So. Das voll zitiert. Das Scheiße hier. Könnt ihr nicht einfach mehr zuschauen? So. Toll. Weg mit dem. Easy. Easy game. Ah! 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 Oh, easy, 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 easy. Ja, ich hab sie. Hallo Pidou. Hallo Pidou. In deine Fresse. Das letzte Mal, das nächste Spiel mit einem anderes Scheißspiel. So ein verfackter, dreckiger Scheiß. Wir haben nur noch vier Minuten und 30 Sekunden. Leute, ich will später noch. Wie viel Zeit ist das? Nicht mehr viel. Oh Mann. Ich hab sie mit dem Skateboard erwischt, Jungs. Das ist einfach groß, ey. Ah. Ah. Scheiße, ey, du Nachbar. Ah. Ah. Hilf mir, hilf mir. Ja klar. Na klar, gar kein Problem, Digi. Alter, wie wir sich outplayen. So, dann. Sperr die Tür zu. Das geht auf der Seite nicht. Äh? Nein, nein, nein. 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 aus ich habe nur noch einen muss ja wir brauchen noch drei minuten jetzt haben wir so viel rum müssen alle auto zu suchen sehr gut einfach noch noch ein wir brauchen noch ein die kinder müssen zusammenbleiben ja ich habe einen schlüssel ich habe nur einen schlüssel gibt es keine scheißraben gut dann müssen wir wieder rein wir brauchen noch eins weiter aber lasst mir mal abgeben den schlüssel die war doch gerade oder irgendwie hat gerade ein geräusch gemacht bling bling habe ich ihn übersehen aber hier war doch gerade einer hat als hier bling bling gemacht aber wo denn auch nur drin ja vielleicht war das nur vielleicht hat den schlüssel hier noch mal umbringen wir holen nicht mehr viel zeit ich mach mal ein rein hier sind wir fertig ein braun wir noch ein schlüssel noch dass uns knut töten ich glaube die hatten schlüssel glaube ich nicht oder hier ich habe ihn ich nehme das brot mit schnell soll guck mal mag nein es ist ein roter schlüssel ich habe die letzte ich habe die schlüssel ich habe die schlüssel raus 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 ja ist die raus die kinder haben gewonnen die kinder haben gewonnen aber zu welchem preis ist die frage ne ja dann alter papo einfach eine viertel stunde gefangen im nichts ey wie war es feicher scheiße ja aber das war tatsächlich eine richtig tolle runde papo ist gestorben und glu ist auch ganz oft gestorben schreibt in die kommentare wie ihr es fandet bei den anderen vorbei nächste woche geht weiter folge sabbat ok tschüss 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 tschüss